Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder Bartik und ich habe diesmal die Schüssel hier direkt vor Ort. Ich habe da auch schon Wasser drin. Dann gibt es die Farben von Simply Coal und ich hatte da jetzt einfach noch ein Blau und ein Petrol und dadurch glaube ich macht sich das ganz gut. Und habe ein weißes Shirt, wo ich eben einfach mal was neues ausprobieren wollte und nehme ich einen Verlauf. Und ich glaube, dass das zumindest halbwegs gut geworden ist, auch wenn es dann irgendwie doch anders war als ich dachte, aber der Reihe nach. Ich habe also das Shirt ein bisschen nass gemacht, Handschuhe übrigens nicht vergessen, das gehört einfach mit dazu. Sonst habt ihr bunte Henne. Und genau, ich habe das also jetzt einfach so ein bisschen nass gemacht schon, damit einfach die Farbe sich besser verteilen kann. Und dann habe ich die Farbe dazu reingemacht und ich glaube da war auch noch genug Farbe da. Dementsprechend hat es also ganz gut gepasst. Wer mich erkennt, ich finde so einen Blau-Grünton immer sehr sehr gut und dadurch hat sich das gut gemacht. Dann habe ich noch das Fixiersalz dazu getan. Ich hatte noch so angefangene Verpackungen. Ich versuche aktuell immer einfach so ein bisschen zu schauen, was kann ich mit den Sachen machen, die ich bereits da habe. Einfach damit mein Bestand an Bastelmaterialien wieder so ein bisschen abnimmt und zum Teil gucke ich eben halt auch, wo kann ich, wenn ich weiß, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr nutze, dass ich die dann einfach spende. Oder eben halt verschenke und dadurch macht sich das ganz gut eigentlich, finde ich. Das hat jetzt einfach gepasst. Und genau, und dann habe ich das T-Shirt einfach so ein bisschen reingehangen. Ich habe es, da waren jetzt irgendwie dann, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe, ein paar Flecken dran und habe dann, wie gesagt, das Shirt so ein bisschen reingepackt, so dass sich die Farbe so ein bisschen nach oben gezogen hat. Nicht so viel, wie ich erwartet habe, aber ich fand es jetzt relativ gut, wie das dann auch funktioniert hat. Ich habe übrigens das ganze Video ein bisschen schneller gemacht und auch jetzt, ich hatte zwar ursprünglich gefilmt, wie das die ganze Zeit da drin liegt, aber es war jetzt auf dem Video nicht zu erkennen, dass sich dort die Farbe halt so dementsprechend nach oben zieht. Und dadurch habe ich dann einfach das jetzt zum Großteil rausgeschnitten, nur so ein bisschen noch drinnen gelassen, damit ihr ungefähr seht, was ich da gemacht habe. Und genau, also dementsprechend habe ich da einfach so ein bisschen geschaut, dass das gut funktioniert. Und ich habe es, glaube ich, einige Zeit drinnen einwirken lassen und habe dann aber eben, wie gesagt, dann entschieden, ich muss nochmal was anders machen und habe nämlich das Shirt so ein bisschen verschoben. Und habe es dann immer nochmal einwirken lassen. Also ich glaube, insgesamt waren es, glaube ich, drei Stunden, die ich es einwirken habe lassen und ich finde, das Ergebnis war jetzt vollkommen in Ordnung so. Und übrigens, das Licht ist manchmal an und ausgegangen, weil ich irgendwo nicht mehr im Hinterkopf hatte, dass ich ja immer noch die Kamera anhabe. Also nicht wundern, dementsprechend war das dann leider immer so ein leichtes Versehen. Und genau, also ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Ich weiß, dass das schon mal eine andere YouTuberin auch ausprobiert hat, aber ich glaube, nochmal so ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich habe dann einfach so ein bisschen das Ganze jetzt nach oben gezogen, immer wieder. Ich habe es auch gefilmt, das heißt, ihr seht es dann auch gleich noch. Übrigens, falls ihr Ideen habt, was ich zum Beispiel für euch einfach mal ausprobieren soll, ob bestimmte Sachen einfach so gut funktionieren, wie es gesagt wird, dann einfach gerne Bescheid sagen in den Kommentaren und ich versuche die Dinge dann einfach auszutesten, wie kann man es vielleicht am besten lösen. Funktioniert das Ganze oder habt ihr zum Beispiel ein DIY-Set, was ausprobiert werden soll, ob es funktioniert, ob das jemand kann, der, wie ich immer so schön sage, grobmotorisch veranlagt ist und dadurch einfach melden und einen Kommentar reinschreiben oder, ja, ich freue mich über jeden Abonnenten. Wir haben jetzt nämlich die 800 aktuell geknackt. Es ist ja immer ein Kommen und Gehen irgendwie auf dem Kanal, deswegen ist es vollkommen okay. Aber aktuell sind wir über 800 Abonnenten und ich freue mich wie ein kleiner Keks. Und genau, also ihr könnt ein Abo gerne da lassen, ihr könnt auch einen Daumen nach oben da lassen, wie gesagt, einen Kommentar sowieso. Was kann man vielleicht auch anders machen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wenn man so einen schönen Farbverlauf hinbekommt. Ich hatte sogar immer schon mal überlegt, ob es nicht irgendwie zum Beispiel so mit mehreren Farben das ganz gut funktioniert. Ich glaube, das werde ich irgendwann auch nochmal ausprobieren. Da habe ich zumindest eine kleine Idee, wie man es machen kann. Und dementsprechend werde ich nochmal schauen. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei, drei, vier Farben, glaube ich. Und die kann ich also dann dafür nutzen und das Ganze einfach mal ausprobieren mit unterschiedlichen Farben und da ein bisschen Farbe ins Leben bringen. Ich finde ja immer Farbe eigentlich nicht schlecht, wobei ich jetzt anscheinend im Sommer immer sehr schwarz, weiß, grau, beige rumgelaufen bin anscheinend. Und dann haben mir welche gesagt, als ich letztens mit etwas Farbigen daherkam, ach, du hast ja Farbe an. Also dementsprechend, ja, ich kann auch Farbe. Und das war dann für mich irgendwo, wo ich dachte, eigentlich schon putzig, putzig, weil ich wirklich jemand bin, der gerne auch ein bisschen Farbe trägt. Und aber ich habe mich eben auch wieder erwischt, als ich gestern Abend weggegangen bin, dass ich wieder schwarz anhatte. Obwohl ich so viel schwarz gar nicht mehr in meinem Kleiderschrank habe. Aber es war ein schwarzer Hoodie und dementsprechend viel schwarzer. Und da war zwar so ein leichtes Bild drauf, aber auch dieses Bild geht langsam weg. Das heißt, ich brauche den Hoodie wahrscheinlich wieder neu. Also da muss ich dann nochmal schauen, dass ich mir wahrscheinlich diesen nochmal kaufe. Und weil es einfach, ich mag es. Ich mag das Shirt selber. Aber da geht es so ein bisschen um Musik. Da ist der Violinschlüssel drauf. Und ich liebe den ja sehr. Ist ein schönes Design. Und wie gesagt, den habe ich jetzt auch schon so lange. Und der wird regelmäßig angezogen. Und dadurch darf der jetzt auch einfach mal ein bisschen nachlassen. Ja, nachdem ich es also jetzt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen hier einwirken habe lassen, dann kommt jetzt gleich der Teil, wo ich nämlich dann das Ganze nochmal versuche, so ein bisschen zu verschieben. Ich zeige es euch. Wie gesagt, ich habe es mitgefilmt. Und bin da eigentlich, wie gesagt, mit dem Ergebnis sehr happy. Das seht ihr natürlich zum Schluss hin. Und dann geht das hier. Hier habe ich, wie gesagt, das Shirt so ein bisschen rausgezogen. Damit unten eventuell nochmal ein bisschen dunkler wird. beziehungsweise hier, was jetzt schon aus der Schüssel raushängt, vielleicht die Farbe nochmal so ein ganz kleines bisschen nach unten geht. Und ich finde, für den ersten Versuch finde ich das mega. Und jetzt habe ich dann eben alles in diese eine Schüssel reingemacht. Und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Dann habe ich das Ganze sehr gut ausgewaschen. Und das Ergebnis seht ihr dann gleich. Ich verabschiede mich schon mal. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.